Herzlich willkommen zu Adhoc24 am 18. November. Trotz Ampel aus macht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiter und treibt ein Herzensprojekt sogar selbst voran. Das Apotheken-Identifikationsverfahren soll maßgeblich dazu beitragen, dass die elektronische Patientenakte für alle mit dem Start im kommenden Jahr akzeptiert wird. Denn statt umständlicher Identifikation via Bürgeramt, Krankenkasse oder Postident könnten die Apotheken einen niedrigschwelligen Anlaufpunkt bilden. Doch wenn der Preis zu hoch ist, soll es offenbar ohne sie laufen. Auch einige deutsche Apotheken wollen ihre Kundschaft über Kartlink an sich binden. Während es Redcare gerade mit einer einstweiligen Verfügung untersagt wurde, über Shop-Apotheke für den ersten Rezeptscan einen Nachlass von 10 Euro zu gewähren, wirbt jetzt Dirk Düvel von der Wir-Leben-Apotheken mit einem neuen 5-Euro-Bonus um Aufmerksamkeit. Düvel hatte bereits in der Vergangenheit Rezeptboni gewährt. Als solche sieht er seinen neuen Nachlass jedoch nicht. Vor einem Jahr sorgten gefälschte Ozempig-Spritzen für Schlagzeilen. Kriminelle hatten Apidra-Pens überklebt. Entsprechend war Insulin statt Semaglutid enthalten. Die Anwendung hätte schnell tödlich verlaufen können. Jetzt stehen in Österreich zwei Geschäftsleute vor Gericht. Bereits vor dem Ende der Ampel-Koalition war klar, dass Karl Lauterbachs geplante Apothekenreform nicht mehr umgesetzt würde. Stattdessen versuchten die ehemaligen Koalitionspartner noch Mitte Oktober zumindest einzelne Aspekte, wie die Erweiterung von Impfungen und Tests in Apotheken über das Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit zu verabschieden. Mit dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition fehlt der Regierung nun jedoch die notwendige Mehrheit selbst für diese Vorhaben. Doch das Thema ist damit nicht vom Tisch. Um Synergien zu heben und schlagkräftiger zu werden, wollen die Landesapothekerverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fusionieren. Auf den Mitgliederversammlungen wurden die Pläne vorgestellt. Dabei kam aber auch heraus, billiger wird es für die Mitglieder wohl vorerst nicht. Weder sollen Geschäftsstellen geschlossen werden, noch ist ein Personalabbau vorgesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.